Gut, wir wissen, es wurde letzte Woche schon gut vorgelegt aus Flensburg. Er hat viel geübt. Ich denke, 10 von 10 werden schwer, 8 kann er schaffen. 8 erwarten wir auch. Schauen wir mal. Ja, also ich habe mich ab und zu mal nach dem Training hingestellt, ein paar Bälle geworfen. Ich denke, so sechs bis acht sollten drin sein. 2. 5 7 9 10 10 Jaaaah! 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 Ich bin sehr zufrieden. Zehn habe ich tatsächlich noch nie geschafft. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Super. Gibt das auch was für die Mannschaft? Ich bringe ein Kasten Bier mit, dann ist es gegessen. Während sich die Mannschaft über den Kasten Bier freuen wird, greift Alexander Falk nach dem Titel in der Club-Challenge. Mit seinen zehn Treffern in 43,2 Sekunden haut der Ludwigshafener ordentlich einen raus und ist nun kurz vor Ende Spitzenreiter in der Tabelle. Flensburgs Marius Steinhauser muss sich auf Rang 2 verabschieden. Neuer Dritter ist Lukas Mertens.